Der Gegenstand ist ein Stein und das Ende wird blutig. Ich hab den Verdacht, dass mein Freund sich heimlich mit anderen Frauen trifft. Also musste ein guter Plan her, um das Schwein zu exposen. Ich wartete, bis er abgelenkt war, nahm mir dann seine Fußballschuhe und füllte sie heimlich mit Stein. Wenn er sich das nächste Mal zum Fußball verabredet und wirklich dorthin geht, sollte er die Steine auch bemerken. Wenn er sich aber mit anderen Frauen trifft, dann sollten die Steine noch in seinen Schuhen sein. Es ist der perfekte Plan, um rauszufinden, ob mein Freund mir fremd geht oder wirklich mit seinen Freunden Fußball spielen geht. Hey Schatz, ich bin wieder da. Hey, und? Ist irgendwas vorgefallen? Nö, eigentlich nix. Ich bin nur fix und fertig und will mich jetzt auch so verschmeißen. So, mal gucken, ob er wirklich Fußball spielen war. Dieser Lügner. So, wie erklärst du dir das? Was meinst du? Was ist? Ich liebe dich.